Ich bin der Matthias, arbeite jetzt beim REWE Lieferservice, bin jetzt zwei Jahre dabei, bin glücklich da zu sein. Ich arbeite hier als Blicker. Ich bin dafür zuständig, dass die Kunden ihre Produkte bekommen. Wenn ich morgens zur Firma komme, bekomme ich von meinen Vorgesetzten die Tourenpläne ausgehändigt, mit den Kunden drauf, was ich zu vorbereiten habe für die Fahrer. Ich muss natürlich die Produkte dann zusammensuchen und den Arbeitsablauf dann so gestalten, dass der Fahrer dann das alles bereitgestellt bekommt später. Beim Obst und Gemüse achte ich immer auf Frische. Also bei uns ist es wichtig, dass das komplett stimmt, dass das von dem Einpacken des Produktes bis zum Kunden alles perfektioniert wird. Uns kann man vertrauen, weil wir wissen, was wir tun. Wir wollen den Kunden natürlich zufriedenstellen.